Hallo ihr Lieben, Benni Bella wieder hier. Heute ist Freitag und das Palmenhaus Café ist offen und wir gehen heute nochmal hin und schauen, ob es wirklich offen ist und gönnen uns den Kühlschrank. Gut, ich starte mit meinem Frühstück. Ein Kürbiskenwecker vom Anker mit Hokula und Frischkäse. Ja, nebenbei tue ich dann noch schneiden und Videos vorbereiten für mein nächstes Vlog und mein Schatz ist auf seinem PC und was isst du Gutes? Ich isst es ja nur mit Abstrich. Ich isst die wieder auf dem Dich. Guck, guck! Guck, guck! Guck, guck! So. Und, halt wohl. Ja! Körger, Maki! Sag hallo! Hallo! Mau, Mau! Körger, Kompi! Wir haben jetzt wie lange keinen Kripp bei Maggie gegessen? Naja. Sicher Wochen oder Monate. Mhm. Oder? Haben wir nach Weihnachten einen Kipfel gegessen? Weiß nicht. Nein. Ich glaub nicht. Vor Weihnachten irgendwann? Wir haben Kipfel gefastet. Marillen-Croissant. Naja, wir haben Kipfel bei meinem Bruder den Andrat gegessen, das war im Jänner. Was? Ja, da waren wir beim Anker im Mödling. So kurz? Ah ja. Trudel. Ja. Mit Kaffee. Gott sei Dank. Meins? Geh weg! Meins? Geh weg! Ja, besser. Nein. Jetzt bin ich auch dran. Du bist mal damit. Bist du nicht? Ja, bin ich glänne. Ich habe ihn zu Hause. Du bist gut. Ich bin aber... Es ist sehr gut. Als ich her個hello, dann habe ich dir das. Dostattel, die ich besser probiert. Ich habe mich gerade mal. Dostattel, die ich nicht grab. So, die zweite Runde. Wir schauen heute wieder nach, ob das Palmenhaus Café offen hat. Und wenn ja, gönnen wir uns ein Café und eine Nachspeise. Also ab geht die Reise. So, die Reise. So, die Reise. So, die Reise. So, die Reise. Wir haben den Superplatz gekriegt neben den leckeren Torten. So, die Reise. 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 So. So, die Reise. So, die Reise. So, die Reise. Nur Apfel? Marmelade? Nichts, Trine. Leere Apfel. Gut? Schiffkuchen. Juhu, mit Kuchen! Tz-Tan our village, Lepre. Person is that here. Donnie hat Jack. Das ist ein Kohl-Lip-Kohl-Kohl. Andere Sicht. Ich mag es ab und schuldig was, nicht schütz? Wie ein Apfelkling Ja Ich mag es hin, Zitrone Ein leichten Roh und Hut Ich mag es hin, Schenke Das ist die Träuche, diese Träuche und ich habe mit den Lachen Ich kanneche und ich kanneche zu Karst Ich kanneche voll und ich kanneche Malen Sie drehen die Träuche Ich habe meine Träuche und ich habe meine Träuche Ich bin zäure Wunderschöne Ich bin zäure Ich habe mir Es ist besser, wenn ich es so mache. Ja? Mh. Es ist viel schärfer. Es ist gut, kann man gut mischen. Das Creme-Boulet mit Kuchen. Man schmeckt wirklich, dass es Lebkuchen ist, ist es cremig, ich könnte noch drinnen sein Zimt. Das sind Kekse und der Apfel ist, glaube ich, in Bargröwe gewesen. Mh. Es ist so ein bisschen warm mit Zimt, ist ja lecker. Ja. Wir haben es endlich geschafft, es ist offen und wir haben jetzt Kaffee und Nachschweiß. Und beide sehr happy. So, bald sind wir wieder zu Hause. Das Essen war sehr lecker, eine gute Nachspeise. Wir sind nicht mehr spazieren gegangen oder irgendwo hin. das Wetter ist halt nicht sehr besonders schön, sehr windig und kalt. Wir wollen wieder ins Warme. Unser gemütliches Zuhause. Und deswegen sage ich wieder Danke fürs Zusehen. Und don't forget das Mal. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ich die 100 Abonnenten schaffe, wird mich mein Schatz schminken. Also, mir fehlen noch zwei. Also, alle abonnieren, ganz wichtig. Und ganz viel teilen, damit alle, alle zu Benni Bella kommen. Genau. Gut. Dann, tschüssi. Tschüssi. את